Vers 13 Tribir Gunamahir Bavair Ebi Sarvam Idam Jagat Mohitam Nabi Jananti Mam Ebya Param Avyayam Tribir 3 Gunamai Aus den Gunas bestehend Bavai durch die Daseinszustände Ebi all diese Sarvam Gesamte Idam dieses Jagat Universum Mohitam getäuscht Naabi Janati kennt nicht Mam mich Ebya über diesen Param der Höchste Avyayam unerschöpflich Getäuscht von den drei Erscheinungsweisen Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit kennt die gesamte Welt mich nicht der ich über den Erscheinungsweisen stehe und unerschöpflich bin Erläuterung Die ganze Welt wird von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur betört Diejenigen, die durch den Einfluss dieser drei Erscheinungsweisen verwirrt sind, können nicht verstehen, dass sich jenseits der materiellen Natur der höchste Herr Krishna befindet Jedes Lebewesen unter dem Einfluss der materiellen Natur hat eine bestimmte Art von Körper, dem bestimmte psychische und physische Tätigkeiten zugeordnet sind Gemäß dem Einfluss der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur gibt es vier Klassen von Menschen Diejenigen, die sich rein in der Erscheinungsweise der Tugend befinden, werden Brahmanas genannt Diejenigen, die sich rein in der Erscheinungsweise der Leidenschaft befinden, werden Kshatriyas genannt Diejenigen, die sich in den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit befinden, werden Vaishas genannt Und diejenigen, die sich völlig in Unwissenheit befinden, werden Shudras genannt Unterhalb dieser vier Einteilungen befinden sich die Tiere und die Menschen, die ein tierisches Leben führen Man mag sich in diesem Leben als Brahmana, Kshatriya, Vaishya oder irgendetwas anderes bezeichnen Doch in jedem Fall sind diese Bezeichnungen nicht von Dauer, denn sie beziehen sich auf den zeitweiligen Körper Aber obwohl das Leben zeitweilig ist und wir nicht wissen, was wir im nächsten Leben sein werden Sehen wir uns aufgrund des Einflusses der illusionierenden Energie im Licht der körperlichen Lebensauffassung Und glauben daher, Amerikaner, Inder, Russe oder Brahmana, Hindu oder Moslem zu sein Und wenn wir in die Erscheinungsweisen der materiellen Natur verstrickt werden Vergessen wir die höchste Persönlichkeit Gottes, die hinter all diesen Erscheinungsweisen steht Daher sagt Sri Krishna, dass Menschen, die von diesen drei Erscheinungsweisen der Natur getäuscht sind Nicht verstehen, dass sich hinter der materiellen Fassade die höchste Persönlichkeit Gottes befindet Es gibt viele verschiedene Arten von Lebewesen, Menschen, Haltgötter, Tiere und so weiter Und jedes einzelne von ihnen steht unter dem Einfluss der materiellen Natur Und sie alle haben die transzendentale Persönlichkeit Gottes vergessen Diejenigen, die sich in den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit befinden Und selbst diejenigen, die sich in der Erscheinungsweise der Tugend befinden Können nicht über die Erkenntnis des unpersönlichen Brahmanaspektes der absoluten Wahrheit hinaus gelangen Sie sind vom persönlichen Aspekt des höchsten Herrn verwirrt Der alle Schönheit, allen Reichtum, alles Wissen, alle Stärke, allen Ruhm und alle Entsagungen besitzt Wenn selbst jene, die sich in Tugend befinden, Krishna nicht verstehen können Welche Hoffnung besteht dann für diejenigen, die sich in Leidenschaft und Unwissenheit befinden? Krishna-Bewusstsein ist transzendental zu diesen drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur Und diejenigen, die völlig im Krishna-Bewusstsein verankert sind, haben tatsächlich die Stufe der Befreiung erreicht Und das ist die Stufe der Befreiung erreicht Und das ist die Stufe der Befreiung erreicht Das war's für heute.